einen wunderschönen guten tag liebe leute herzlich willkommen eine neue folge papa kocht diesmal nicht ganz alleine sondern ich habe noch ein paar war am start guck mal wer uns besucht nach meinem letzten brotvideo hatte andreas rolle aus wiesbaden gesagt heute machen wir was zusammen er will das battle er will die challenge er will gucken aber es besser kann wie ich machen wir den offiziellen bettel draußen ein machen wir natürlich nicht wir kochen was geil ist ja ihr erinnert euch unser brotvideo wir können es hier oben noch mal verlinken da oben steht es guck mal das ist das mit dem roastbeef oben drauf und andreas hat gesagt er hat voll bock drauf zu machen wie übrigens viele andere auch von den zuschauern und kam gut an ja auch dein rezept super ja wir haben ein paar nachgemacht und so ist echt gut es freut mich am allermeisten deswegen haben wir heute jeder ein brot und um brot zu machen brauchen natürlich brot ne stimmt ja absolut ja der bäcker am start ihr wisst bei uns wir machen es mit martha brot ist ja kein geheimnis deswegen machen wir den spaß guck mal wer da drüben ist komm mal rein mein lieber total zufällig steht er gerade vor der tür und bringt geiles brot mit guck mal ihr erkennt es ja an der banderole das martha brot ich nehm dir mal hier raus und nehm dir mal die kiste ab und jetzt sagt mir ganz kurz in knappen deinen worten warum sollen die leute dieses brot kaufen und vor allem was macht so einzigartig ist das brot durch sein mehl das ist nämlich dinkel hochmehl zu 100 prozent wir haben ein dinkel kochstück drin und das brot hat eine super kruste durch eine schöne lange backzeit kann ich bestätigen und ist innen drin eine plumpige krume viel spaß damit ich bin gespannt weißt du was wichtigste ist was wir gerne haben schmeckt geil schmeckt geil schmeckt geil und außerdem steht auf der banderole ihr könnt natürlich auch zum bäcker schröer gehen die leute erklären euch das ist ja klar außerdem steht drauf und was geht also wir machen heute zwei brote andreas rolle und ich und kein muss wieder los gell danke für das geile brot danke dir tschüss so andreas ich sehe du hast Tomainchen dabei erzähl mal was hast denn vorhin also ich habe eigentlich was ganz einfaches vor was auch super gut zu diesem brot passt oftmals ist das einfach und das beste das stimmt und weil es auch besonders gut schmeckt hab ich mir gedacht ich mach einfach mal eine klassische brustkette kann ja auch nicht jeder kann auch nicht jeder aber ich meine wir werden gleich sehen es ist sehr einfach und dann kann es danach eigentlich auch jeder die einzige unterschied ist glaube ich machen wir es mit oder ohne zwiebeln ich bin ein fan ohne zwiebeln ich bin ein zwiebel typ aber wir machen es natürlich dein rezept ja absolut absolut aber ich habe noch was gesehen was da eigentlich gar nicht so dazugehört hier steht burrata das ist eine kleine spezialität die mache ich gerne on top dazu indem ich so leichtes in stücke flocke wie auch immer und bisschen drüber legen hinterher auf die brustkette drauf ich habe jetzt schon vor der kick ich habe schon vor der also tomate burrata klar die sind aber auch mit also man kann sich richtig aber das wirklich geiles zeug die wie schon gut die sehen auch voll reif das sieht man schon ein bisschen knoblauch dazu und ansonsten keine sachen die man so braucht aber jetzt ich würde sagen du schnüppelst das mal zusammen wir zeigen das den leuten wie es funktioniert so machen wir das und wenn es gleich ans zusammenbauen geht dann steigen wir wieder ein so ist es alles klar auf ich lege los du hast auf jeden fall schneidskills ich hätte dir nicht zugetraut das alter massenmörder das war das sah schon gut aus du weißt ich mache den ein oder anderen kochkurs da habe ich das andere angesehen dann römer zusammen die bambe ganz genau jetzt kommt eine kleine hochzeit ja in diesem fall tomatenwürfel ja reichlich knoblauch also ich mag das also diese kritik ist das schon ja also erstmal habe ich die ja so gesehen die tomaten ohne fruchtfleisch knoblauch habe ich mit ein bisschen salz fein gemacht klein gehabt ohne technik da höpst du dich schon brett richtig so und dann hier total rund genau richtig dann hast du was geiles gemacht hier mit dem pfeffer und zitronenabrieb ganz genau das würde ich halt zum schluss mal drüber tun das ist also praktisch gestoßener pfeffer zitronenabrieb ein bisschen salz dazu und das ist mit so einer zitronenpfeffer dann hinterher haben wir noch eine kleine fahne die burrata die burrata sieht ein bisschen raus wie aber egal würdest du das jetzt schon also ich würde das eigentlich nur rum ja so willst du dann ist das für mich eigentlich schon fertig es wässert noch ein bisschen nach deswegen machst du jetzt auch noch kein salz damit ganz genau also jetzt schmeckt das jetzt gleich mal ein bisschen ab ich würde das hier so ein bisschen rum und dann nachwässert so ein bisschen flüssigkeit bekommt das ganze dann wird das eigentlich fertig dann sind wir auch ein schütze am richtigen punkt wo ich jetzt mal mein zeug ich finde auch du solltest auch mal loswerden okay dann machen wir jetzt mal okay und ja wie so flammlachs machen jetzt zusammen okay dann lege ich mal los mit meinem brot und zwar möchte ich gern ein brot machen obendrauf kommt ein bisschen fenchelsalat und zwar mit gegrillten fenchelsalat da wiederum oben drauf schau mal hier unten habe ich einen wunderschönen schottischen lachs besorgt da machen wir so ein miso flammlachs raus wie so einfach weil es jetzt nicht unbedingt die asiatische richtung geht wie schon schmeckt einfach geil also flammlachs im ofen und dann zupfen wir den nachher da oben drauf und dann möchte ich gern noch so ein bisschen marinierten dill oben drauf machen und vielleicht machen wir uns noch ein kleines süßchen aus so einem honig senf dies das wollen wir mal sehen was passiert wir fangen an mit dem fenchel kommen wir hier runter um ein bisschen hübsch zurecht schneiden und dann halbieren wir den kollegen erstmal dann nehmen wir hier den strunk raus aus beiden stücken währenddessen heize ich mir hier drüben schon mal die grillfache vor und dann ziehen wir den kollegen mal über die mandoline wer keine mandoline hat schneidet dünne messer ganz einfache geschichte dann ziehen wir den kameraden hier oben drüber schauen was da unten rauskommt das ist ungefähr so die richtige stärke die wir gerne hätten einfach wunderbar der länge nach dann hast du nachher einen geilen salat aufpassen mit den fingern versprach und schnitzig das reicht mir jetzt schon sagen die mandoline auf die seite und dann haben wir hier so schöne stücke packe ich mir vorher in eine schüssel rein dann marinieren wir den bisschen gerade mit ein bisschen salz und olivenöl schön knackig an sich wäre das jetzt schon ein bisschen zucker dazu bisschen essig drauf hast du schon einen geilen salat aber fenchel gegrillt absoluter shit pfanne heiß rein damit jetzt machen wir uns so ein bisschen diese miso marinade für unseren lachs ihr hört ja nebenbei brüssel ist hier neben dran schon ziemlich zeit noch nicht geil das aussieht also ich habe hier so eine selbstgemachte misopaste ließ aus mais gemacht so dazu kommt wir machen so ein bisschen von diesem groben senf so ein französischer grober senf der schmeckt gar nicht so scharf dazu machen wir so ein bisschen was von so einem honig senf rein auch französisch nicht viel dazu machen wir natürlich noch ein bisschen honig und das finden wir nachher auch in der soße wieder dazu gibt es salz und ja hier damit hier der pfeffer da könnt ihr noch mal verlegen ich bin geil weil er nicht ein bisschen säure hat und dann machen wir ein stückchen weißwein dann auch mit mir da da bin ich kleinen schluck weißwein so wirklich nicht hier schön riesling so und dann hier glatt rühren so sieht das jetzt auch recht unscheinbar aber gleich kommen ist auf den lachs oben drauf und damit geil so wir gucken noch mal hier drüben rein ihr seht der kriegt hier so ein paar schöne grillmarks das ist das was man nachher haben will das sieht gut aus perfekt schön stehen lassen da darf ruhig so ein bisschen wie beim brot oben und ein bisschen dunkel sein in der einen oder anderen ecke da schmeckt es halt aber am besten dann so jetzt haben wir den lach der kommt hier aufs brett oder pass auf ich mach den gleich aufs backblech und zwar nimmst du hier so ein backblech macht dir ein bisschen papier drauf dann bleibt der kollege auf der haut da drauf schön bisschen kompakt dann kommt marinade oben drauf richtig schön dick und das schmeckt natürlich hammer hat man muss vorher gucken dass er keine geräten hat das habe ich schon gemacht beziehungsweise der fischhändler des vertrauens so mehr passiert gar nicht der geht jetzt in den ofen das sah doch schon ganz gut aus bisher ich bin begeistert es fehlt nur noch brot absolut wir schneiden ganz dekadent aus der mitte raus das filetstück das filetstück aus der mitte ein chapeaubriant vom mara brot ja und jetzt auch nicht so geizig ist ja nicht wie beim brot so mein vorschlag wäre jetzt ich mache da mal so ein bisschen olivenöl drauf ist das bei dir auch bis hier olivenöl bei der seite so und dann habe ich hier drüben wieder grillpfanne und dann geht er einfach hier rein und da lassen wir ein bisschen kürz brüch ist und dann darfst du gleich zusammenbauen ich freue mich wenn du jetzt fangen an zusammenzubauen ich gebe dir ein schönes brot vielleicht schon mal das sieht schon mal gut aus ich mache noch ein bisschen olivenöl bei mir rein ja mach das mach das schön wenn es ein bisschen trieft das muss es ja ganz genau ich röste mal ein bisschen rum ich sehe schon mal es sieht auch super aus es liegt auch also geröstetes brot tomate also es geht ja lecker 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 insbesondere die sommerlichen temperaturen jetzt passt es ja hervorragend guck mal ich lege dir hier in welche schale möchtest du da draußen ich nehme die linke diese hier ja du hast die gerade im griff okay ja super guck mal hier ein Traum guck mal hier ein habender teller ja ruhig großzügig sein unbedingt ja das muss ja wie schön das aussieht wirklich ein Traum geht immer gut rein ja ist halt ein tomatebrot absolut absolut jetzt nehme ich ein bisschen burrata das ist ja genau das ist so ein sahnekern und das läuft richtig raus und das ist eigentlich hier und außenrum ist das mozzarella wenn du so willst ja wenn du so willst schon aber das burrata ist glaube ich kuh ja das ist von der kuh es gibt ja auch mozzarella von der kuh also was ich mache ist auf jeden fall ich lege das ein bisschen da oben drauf ich zupfe das ja dann kann so ein cremiger anteil damit dabei sein und was jetzt ganz wichtig ist dieser geile selbstgemachte zitronen richtig mit ein bisschen salz drin wir wollen es doch mal freuen du hast die tomaten nicht gewürzt das ist alles ein geschmack aktuell richtig ja die geben das ab automatisch und jetzt gebe ich jetzt ein bisschen zurück leute es geht euch ja nach das weiß ich nicht schon ich habe es mir einfacher feststellen mit dir und wenn ich jetzt noch mal zum abschluss du willst mir noch was sagen über griechisches olivenöl und überhaupt das ist alles was ich immer sagen kann das beste kommt aus griechenland sagt er das ist ja gut okay das hast du wunderbar gemacht ich finde es total geil aus wirklich wirklich geil gut dann lassen wir die leute jetzt mal mein brot ok liebe leutchen ich mache jetzt mein brot vorher machen wir aber noch so ein bisschen dill salat du hast mir vorhin gekommen die idee hast du schon mal dill salat gemacht überhaupt nicht ich auch nicht aber ich kann mir vorstellen dass es gut schmeckt weil guck mal in italien machst du ja salat total oft einfach ein bisschen olivenöl dann machst du ein bisschen zitrone genau genau richtig und ein bisschen mehr salz hier das war's genau das was dann hast du schon jetzt haben wir so ein bisschen ich kann mir vorstellen dass das ziemlich geil schmeckt weil es einfach still ja sowieso schon super krass ist fast ja super geil zum fischen jetzt haben wir so einen kleinen dill salat die machen wir schön als deko obendrauf und so als kleinen und das nehmen wir uns jetzt gleich etwas ein paar kleine stückchen rauskommt er fällt in die einzelnen segmente der ist auch vor in der mitte stelle das der schritt oder was gut gemacht er sagt stopp man ja gelernt ist gelernt machen wir unser schönes martha brot und drauf allein ist doch schon eine freude und schönen geschmack dazu aber jetzt ist es passt schon sehr schön gegrillter felschensalat jetzt setzen wir uns jetzt da geilen oben drauf es ist einfach wieder eine dufte ja jetzt ist eine volle mahlzeit da brauchen wir gar nicht lang rum machen das ist einfach so allein sie noch gesund ist es ja mein lachs fennig und stück brot da kann nichts schlechtes dran sein jetzt nehmen wir uns hier vom lachs so ein paar geile chunks und packen wieder oben drauf und ihr seht ihr so stückchen lachs das reicht ja auch für ein paar leute ja so ist jetzt schon eine ordentliche portion am ende auch super finde ich auch kommen so kleine stückchen hier vom rand das ist so ein bisschen was von dem schwarze das feiere ich natürlich wie die sauer kann man gar nicht alles sagen kann wie die geile selbstgemachte so super konsistenz und da geben wir hier so ein bisschen überall bis hier was mit drauf nicht viel aber es soll ja so ein bisschen schlotzig sein machen wir oben drauf unseren marinierten salat guck mal diese burschfinger was die für hübsche brote machen können krass gell also 10er bernd hat es gut gemacht mein freund sehr geil ja andreas pass mal kurz auf mein brot auf ich muss ja kurz hier ums eck oder es wird mir schwer fallen aufpassen kommt nämlich meine große leidenschaft immer ihr wisst ja ich bin so mehr rettisch typ so sieht es jetzt aus stellen wir mal nebeneinander da lassen wir ein foto machen und dann müssen wir gegenseitig verkosten mein freund ja ja schon drauf ok guck mal hier sieht das nicht geil aus super andreas wir dürfen probieren nein du darfst zuerst wir probieren gleichzeitig komm mach mal du zuerst ich muss ja uns dabei filmen ich muss jetzt auf jeden fall diesen lachs dabei ja gut ok deswegen haben wir drauf gemacht knusprig gerestet das ist man vollen mund der mit vollem mund das ist beim essen kann man wohl alles gut aber super ich versuche dir anzusehen oder ich weiß ja auch jetzt haben wir es doch einfach super super einfach nicht mal ein stückchen gutes lachs und fennchen fettel kostet gar nichts für die zwei knollen keine zwei euro bezahlt hammer ich weiß was martha brot kostet aber das auf jeden fall sagt ich brauche mittleren preissegment bei der qualität ja ja super merklich und so merkt schon ganz einfach eine stimmige sache und wir machen das auf dem catering auch sowohl der hat ja geht auch mit räuchern dazu bringt es gut aber ich fand halt so einen flammlachs also so ist ein catering ja machen wir oft tatsächlich so weiß mal rustikal ist aber trotzdem ganz das gericht hat liefert ihr eigentlich jetzt auch in dieser zeit auf geht lang wenn es alles möglich aber wie gesagt du darfst nicht feiern daheim aber also für firmen und so weiter geht es natürlich also ich mache mal was anderes schein in meiner mitte durch und das sind die hand ja ich glaube auch das wird eine riedensauerei ist egal aber ich habe mich hier schon auch mal ja ja ich habe mich schon so oft zum affen gemacht vor der kamera das brot passt unheimlich gut dazu weil man sich weiß brot gewohnt ist normalerweise jetzt hast du einen sauerteig das ist eine kleine sache geröstet das sauerteigbrot sowieso immer geil so die burrata bringt das alles wunderbar geil zusammen ich habe gedacht da ich also kein salz an die tomaten lassen habe ich erst gedacht aber es ist perfekt dieser gestoßene pfeffer mit der limette oben drauf geiles öl das ist besser gemacht als ich gedacht habe ich muss ehrlich sein dass du ahnung vom essen und trinken hast das war schon immer klar man sieht ja aber wir haben ja schon zusammen jury gemacht galileo dies das und sowas ist aber das ist einfach mal so aus dem ärmel und auch die skills schneiden so vielen dank habe ich auch sehr gefreut mein lieber ja und ich denke mal das macht auch anderen spaß beim nachkommen okay wir würden das auf jeden fall mal nachmachen ob der andreas jetzt immer dabei ist weiß man nicht aber wenn ihr bock habt mehr davon zu sehen ihr müsst meinen kanal abonnieren das ist der einzige grund warum ich das mache ich will das als feedback von euch wenn ihr sagt ich will mehr davon sehen dann mache ich auch mehr und ein abo bedeutet ich möchte mehr absolut so ist das gerne daumen nach oben kommentar ihr wisst was ist los und zu guter letzt geht auf jeden fall zum schwören und kauft euch ein kleines mordapport absolut jetzt weiß dann raus tschüss macht's okay tschüss